Musik 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 Ich liebe Bananen. Bananen doch. Ich liebe den Erdbeeren, glaube ich. Von der Frau heute zu. Wir kaufen uns beide Kuchen neu. Wir sind ja unglaublich süß. Nein, ich bin zwar gar nicht, aber egal. Ach, wir waren ja. Wir feiern diesen Geburtstag zusammen auf die Augen an. Mach den Pferd rück. Wir können zusammen auf deinem Pferd reiten und die Gegend abholen. Solange du möchtest, ich vertraue dir. Ja, ich kann mir machen. Ach so. Ah, du könntest besser. Oh, das ist so gut. Okay. Hih- onu po. Auf diesem poisoned laissez Tucho. Es hat realmente Manyak LG. Es macht das. Ich weiß nicht, wie gut war. musun? Dass passt auf lihatzufülen. Ja, sie macht auch dann. Ent übrig dazu. Ja, das ist sicher Å. Also es gibt auch ein der Verlierer und das hat ja auch die ganze Natur für die Verlierer Also die anderen gibt es ja hier gerade, ne? Ja, das ist ein Video aus, ja, ne? Mit der Pferde Aber da kann man nicht was mit der Pferde nicht was Ach so, ne? Ja, ja Ah, was ist denn hier? Ah, Feuerwerk! Wie cool! Kommt mir alles einmal! Ah, hier ist was? Was ist das? Ich habe ein goldes Hofeisen gefunden! Juhu! Ah, jetzt könnte ich Ich glaube die muss man dann Ah, Jim! Also Jim sagt die gar nicht Aber ich glaube die muss man bei den anderen, ja, eben Pferde und Abente Aber ja Warte jetzt Ah, ja Was ist das? Nein! Ich habe auch nicht so gut Also, ja Wirst du mal im Hellebeer werden? Wie so cool bist Also, ich suche jetzt noch mal ein paar mehr über Elsa und dann sehen wir uns wieder Ah, da brauchen wir jetzt noch eins Ich muss doch halt gerade mal Okay, jetzt habe ich 4 Ging eigentlich mal schnell Also, ich glaube ich mal 4 oder? Äh, ja 4 Okay, wir sehen uns wenn ich das 5. habe Ich bin kurz weg Und dann sehen wir uns wieder Also, bis gleich Und da bin ich wieder Ja Ja Nun können wir das 5 Sekunden im Huf ein suchen Aha Also, bis gleich Und wer hätte es anders gedacht? Konrad 31181 Sehr schön, Konrad Steht doch auch da Komm mal hin Hier schenke ein Tusch Und dann gucken wir uns Also, ziehen wir uns gleich mal ein bisschen auf Schön, Profi Jetzt haben wir erhalten Ein Pullover Sieht man hier? Oh, das ist so Stable drauf Wie ist Büss Oh Naja Ich würde den Es gibt unbedingt Oh, das ist dann Neu drauf Es ist da Stable mit der neuen Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt drauf Aber Zu so einem Coolen Set Kann man machen Also Was ist denn Ich würde den Tusch 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 um dafür zu sorgen, dass das hier die beste Geburtstagsparty aller Zeiten wird. Ich lade mich ein, die Bühne mit theaterischen Auftritt zu geerbt. Ah, hab ich jetzt nur was. Wenn es Müllreitenspiele ist. Also ich glaub zumindest, dass sie weit Müll. Ich bin mir da. Soll ich ein Geburtstagsintro machen? Wo ich dann hier so von der Seite komme? Geburtstagsrund. Ja, ich einfach Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Caddy. Hip, hip, hurra! Ein Weisenbrennen. Er bekomm... sie bekomm... Oh mein Gott, man... Man bekommt 564 und 2 Hufeisen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also... Und jetzt bekommen wir unsere Hufein und... Hurra, hurra, hurra! Schauen wir, wie fantastisch Pappi aussieht. Tschüss! 500 XP, richtig viel! Schauen wir uns Zisch! Ich bin zu. Allerdings muss ich weiß nicht mehr. Oh mein Gott... Oh mein Gott, mein Gott ist ja nicht mehr. Ich bin mir immer weiter. Und ich bin ich... Ich bin mir immer wieder. Ich bin ich einander. Ich bin ich... Und wir haben den Hosen bekommen. Ah, ich glaube so bekommt man diese Outfit. Diese fresh Outfit. Na ja, mit Stiefelbücher. Ja, gut. Aber wenn ich nur ein Stück esse. Ja, muss ja für jeden genug da alle. Aber vielleicht bekommt man auch halt noch neue Heide. Aber die Kräuter sieht echt lecker aus. Und jetzt, ähm, ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss.